Udu Uwi, Vater der schönen Frau in der Welt Der von Udu Uwi festgelegte Standard der schönen Frau Es gibt 33 Bedingungen im Standard der schönen Frau Eine Frau, die alle Bedingungen erfüllt, ist eine schöne Frau. 1. Die Größe liegt zwischen 1,64 Metern und 1,70 Metern. 2. Das Gewicht liegt zwischen 50 Kilogramm und 60 Kilogramm. 3. Die Brustgröße liegt zwischen C und E. 4. Der Winkel zwischen Ohr und Gesicht liegt zwischen 170 Grad und 175 Grad. 5. Der Winkel zwischen den beiden Seiten des Kinns liegt zwischen 100 Grad und 115 Grad. 6. Auf dem Gesicht die Größe des Maulwurf liegt zwischen 0 Millimetern und 0,5 Millimetern. 7. Die Breite des Auges liegt zwischen einem Zentimeter und 1,1 Zentimetern. 8. Es gibt keine konkave Linie über 3 Millimetern am oberen Ende des Auges. 9. Der Abstand vom oberen Ende des Auges zur Augenbraue ist zwischen 1 Millimeter und 2 Millimetern größer als die Breite des Auges. 10. Die Augenbraue neigt sich zwischen 5 Grad und 10 Grad nach oben. 11. Der Abstand zwischen zwei Augen ist zwischen 3 Millimetern und 6 Millimetern größer als die Länge eines Auges. 12. Die Breite der Nase ist zwischen 3 Millimetern und 6 Millimetern größer als die Länge eines Auges. 13. Die Breite des Mundes ist zwischen 0 Millimetern und 5 Millimetern kleiner als der Abstand zwischen den beiden ihres. 14. Die Dicke der Unterlippe ist zwischen 0 Millimetern und 1 Millimeter größer als die Breite des Auges. 15. Die Oberlippe ist zwischen 1 Millimeter und 3 Millimetern dünner als die Unterlippe. 16. Der vertikale Abstand zwischen dem unteren Ende der Nase und dem oberen Ende der Oberlippe ist zwischen 1 Millimeter und 2 Millimetern größer als die Dicke der Unterlippe. 17. Der Abstand vom unteren Ende der Unterlippe zum unteren Ende des Kindes ist zwischen 2 Millimetern und 5 Millimetern kleiner als 18. Der vertikale Abstand zwischen dem unteren Ende des Augen und dem unteren Ende des Kindes ist zwischen 0 Millimetern und 5 Millimetern kleiner als 19. Der vertikale Abstand zwischen dem oberen Ende des Augen und dem unteren Ende der Augenbraue ist zwischen 0 Millimetern und 5 Millimetern kleiner als 20. Der vertikale Abstand zwischen dem oberen Ende des Augen und dem unteren Ende der Nase. 20. Die Stirn neigt sich zwischen 15 Grad und 20 Grad nach hinten. 21. Das Auge liegt zwischen 6 Millimetern und 1,2 Zentimetern hinter der Stirn. 22. Der Schnittpunkt der horizontalen Linie am oberen Ende des Auges und der Nase liegt zwischen 0 Millimetern und 2 Millimetern hinter der Stirn. 23. Der Schnittpunkt der horizontalen Linie am unteren Ende des Auges und der Nase liegt zwischen 2 Millimetern und 4 Millimetern vor der Stirn. 24. Das Kinn ragt zwischen 1 Millimetern und 2 Millimetern nach vorne. 25. Das Kinn liegt zwischen 0 Millimetern und 2 Millimetern hinter der Stirn. 26. Die Unterlippe liegt zwischen 4 Millimetern und 6 Millimetern vor dem Kinn. 27. Die Oberlippe liegt zwischen 2 Millimetern und 4 Millimetern vor der Unterlippe. 28. Der Mund neigt sich zwischen 10 Grad und 15 Grad nach vorne. 29. Der Winkel zwischen Nase und Mund liegt zwischen 90 Grad und 95 Grad. 30. Die Nase liegt zwischen 1,3 Zentimetern und 1,6 Zentimetern vor dem Mund. 31. Beim Lachen, der exponierte Teil hat kein Zahnfleisch über dem oberen Ende des Zahnes. 32. Beim Lachen, der Abstand zwischen den exponierten Zähnen liegt zwischen 0 Millimetern und 0,5 Millimetern. 33. Beim Lachen, die exponierten Zähne sind ordentlich angeordnet. 33. Beim Lachen, die exponierten Zähne sind ordentlich angeordnet.